Die Welt schaut nach Las Vegas zur Consumer Electronics Show. Da sind wir von Computerbild natürlich mit dabei. Ich bin Matthias Mohr und das sind Neuheiten im Überblick. In diesem Jahr könnte es sich entscheiden, werden smarte Uhren, also Smartwatches, wirklich eine Produktkategorie, die dauerhaft eine Chance hat? Nach wirklich spektakulären Neuheiten, ja, da muss man auf der CES allerdings suchen, denn Apple ist mal wieder nicht auf der Messe vertreten, daher gibt es auch die Apple Watch nicht zu sehen und Samsung hat auch keine neue Smartwatch dabei, aber einige neue Uhren haben wir doch entdecken können. Zum einen von Sony, die Smartwatch 3, die ist erstmal auch nicht wirklich neu, aber neu ist nun eine Edelstahlversion, die sieht auch wirklich schick aus, finde ich. Als Betriebssystem ist Android Wear drauf und dafür will Sony demnächst auch noch mit iFit eine spezielle Jogging-App auf den Markt bringen. Vorteil, diese Jogging-App soll dann auch funktionieren, wenn man nicht zusätzlich sein Smartphone mitschleppt. Die Smartwatch 3 in der Edelstahlversion kommt im Laufe des Frühjahrs in den Handel und zwar für 279 Euro. Wirklich neu ist die Alcatel OneTouch Watch. Auch hier sieht man, eine Smartwatch muss nicht zwingend klobig sein. Zu den Funktionen hat Alcatel noch gar nicht so viel gesagt. Es wird auf jeden Fall auch verschiedene Apps geben, mit denen man seine Aktivitäten überwachen kann und genutzt werden kann die Alcatel OneTouch Watch zusammen mit Android-Smartphones oder auch iPhones. Und sie soll günstiger sein, die Uhr, als Produkte von anderen Herstellern. Der genaue Preis steht aber noch nicht fest. Und eine letzte Uhr habe ich auch noch, die Withings Aktivität Pro. Die sieht im Grunde aus wie eine analoge Armbanduhr, aber sie kann mehr. Sie zählt nämlich auch meine Schritte und so kann ich dann kontrollieren, ob ich mich ausreichend bewege. Im Januar kommt sie noch auf den Markt für etwa 150 Dollar. Erstmals zu sehen auf der CES ein spannendes Crowdfunding-Projekt. Eine halbe Million Dollar haben die Entwickler schon eingesammelt und zwar für Flick. Flick, das ist ein Knopf, mit dem ich Funktionen auf einem Smartphone auslösen kann. Mit einer passenden App kann dann festgelegt werden, welche Aktionen auf Knopfdruck gestartet werden. Ich habe dann also idealerweise mehrere Knöpfe zu Hause, beispielsweise einen im Wohnzimmer. Wenn ich den dann drücke, wird eine spezielle Playlist mit Musik abgespielt. Oder mit einem anderen Knopf, den ich an einer anderen Stelle habe, löse ich beispielsweise die Smartphone-Kamera aus. Quasi als Fernauslöser. Kosten pro Knopf um die 20 Euro. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Ein Trend bei Fernsehern in den letzten Jahren, gebogene Bildschirme, sogenannte Curved Displays. Nun ist das mit dem gebogenen Fernseher vielleicht nicht jedermanns Sache. Und für diejenigen hat sich LG etwas Neues ausgedacht, nämlich einen Fernseher, dessen Panel bewegt werden kann. Von einem flachen Panel zum gekrümmten Display. Aber das wird letztlich eine Funktion, die den ganz teuren Luxusmodellen vorbehalten bleibt. Der Preis ist noch unklar. Zukunftsmusik gibt es von Mercedes auf der CES. Das hier ist das F015. Ein Auto, das speziell für die Messe gebaut wurde. Und das Ganze ist durchaus ernst gemeint. Das Ganze ist nämlich ein Forschungsfahrzeug und das soll theoretisch irgendwann mal autonom auf den Straßen unterwegs sein. Der Innenraum, man sieht es schon, ist gewaltig und man sitzt auf diesen drehbaren Sesseln. Angetrieben wird das F015 mit einer Kombination aus Brennstoffzellentechnik und Batterie. Und die Reichweite soll bei über 1000 Kilometern liegen. Also da bin ich auch sehr gespannt. Wir von Computerbild bleiben weiter dran in Las Vegas. Bis morgen. Untertitelung des ZDF.